Aktuelle Ausstellungstipps aus dem Kunstmuseum Ahrenshoop Trotz verschlossener Türen macht sich das Kunstmuseum Ahrenshoop für seine neue Ausstellung bereit. Die Sonderausstellung Margret Middel, der Körper als Ereignis, soll im Frühjahr 2021 zu sehen sein. Rund 50 Bronzen und Zeichnungen der bedeutenden Barter Künstlerin Margret Middel werden ausgestellt. Die Ausstellung würdigt ihr eindrucksvolles Lebenswerk der letzten 30 Jahre und entstand als Anlass ihres 80. Geburtstages. Untertitelung des ZDF, 2020